hey was geht ab youtube herzlich willkommen zurück zu meinem let's play subject 13 schön dass ihr eingeschaltet habt und mit mir hier ritzel löst wir machen direkt weiter diese stelle wir sind ja in der letzten folge am strand gewesen haben dort alle riesel lösen können und sind hier über die kaputte brücke mit hilfe eines ankers dem wir uns an land gezogen haben rübergekommen so ja so viel haben wir getroffen die stimme wieder gehört und angeblich geht es dort im tempel weiter wie wir da reinkommen sehen wir jetzt euch also weiterhin viel spaß und schauen wir mal was wir haben wir haben hier statuen so hier sind taub sturm würde ich sagen und der hat blumen im kopf hier ist haben einen erfahrungsbericht ich habe einen schluck kaffee um die Maschine in der Komplexe zu studieren. Seine Forschung ist viel mehr advanced als unsere. Ich muss sagen, dass ich mich nicht mehr über was es geht, aber die Energie-Residüte, die Maschine in der Maschine, hat fantastische Qualität. Achtung, keine Nachrichten von Sophie, habe ich in der Suche gesucht. Auf der Weg bin, habe ich einen wunderschönen Bear mit dem Räufigen in der Räufigen. Ich hatte die Brücke hinter mir. Ich muss einen anderen Weg zurück in der Komplexe. Als ich in der Räufigen kam, die Tür öffelt, und ich hörte das Kind der Wunderschöne wieder. Obviamente, keine Ahnung. Aber ich habe herausgefunden, dass was in der Tür ist, war konstruiert von einer völlig anders von unserer eigenen. Vielleicht sogar von extraterrestrials. Ich habe das Mechanismus in der Monolith funktioniert. Das hat sich aktiviert etwas, wie eine Art von 3-Dimensionalen, holographischen Interface. Ich werde Zeit brauchen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Es ist eine Gefahr, dass Sophie nicht hier ist. Sie würde es lieben. Alles sehr verwirrend. Was haben wir denn hier? Ne. Mal drauf gucken. Wir sehen. Wir sehen. Überall. Wieder diese komischen Schlüssel, die wir wahrscheinlich finden müssen. Ok. Hm. Was haben wir hier denn? Da gehört irgendwas rein. Da haben wir ein Symbol. Wir haben überall Symbole hier. Auge. Das sieht aus wie ein Mund. Da müssen wir irgendwas reinmachen. Weiß ich aber nicht was. Was haben wir hier? Hier war nochmal ein Auge. Hm. Können wir irgendwas machen sonst? Da muss wohl irgendwas rein. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Da können wir auch nichts machen. hier haben wir was. Ah. Hier können wir was runterschieben. Oha. Ein Schieberätsel. Okay. Wir müssen wahrscheinlich wieder alles in Reihe bringen. So. Wo ist der letzte? Von diesen Dingern. Wo ist er denn? Wo ist er denn? 1, 2, 3. Oder sind es nur? Sind es nur drei? Ne. Ach da. So, 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 so. Da haben wir schon mal den ersten. So. So, so. Das ist Käse, dass ich den da hingestellt habe. Schauen wir mal, dass wir hier mit den anderen weiterkommen. Vielleicht kriegen wir den noch runter. Hmm. So. Mal schauen. So, jetzt haben wir den. Da haben wir den. Das wird immer enger. Schauen wir mal, vielleicht haut das ja hin. Runter. Runter. Dahin. Nein. So. Und. Nem, 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 nem. Nein. 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 Ne, machen wir den noch dahin. So. Jawohl. Oha. Da haben wir eine Kugel. Kann ich auch nur nehmen. Gefundener Gegenstand Auge. Und ein Erfahrungsbericht. Sehr gut. November 14, 2006 Sofie has consented to marry me. I am the happiest man alive. I met her earlier this evening to propose to her. Sofie is always very punctual and she was already waiting for me. But I was already 20 minutes late and desperately trying to find a taxi. I arrived just as a sleazy individual was approaching her. He walked off when he saw me. But I have a strange feeling that something terrible might have happened had things turned out differently. It's only when you're in danger of losing a loved one, that you really become aware of your feelings. Okay. Ja, sonst kann ich hier nichts machen. Ja, mein Auge. Was soll das denn sein? Okay. Hm. Können wir sonst nichts machen? Hier oben zumindest? Irgendwie nicht so. Was haben wir da denn? Ach, das sind die Affen. Okay. Okay. Schauen wir hier mal. Okay. Okay. Da muss irgendwas hin. Oh, es hebt sich eine Steinplatte. Oha. Wir fanden der Gegenstand Kurbel. Okay. Und ein Erfahrungsbericht. Oktober 27th, 2010. An emotion-filled day today. Sophie und ich testeten die Maschine für die erste Mal. Als eine guinea-pig, ich wähle die Super-Hero-Figurin, die in der Labbe hat lange schon seitdem. Aber unser Enginier, Mike, praktisch hat ihn zu verletzten, wenn wir ein Finger auf seine Toile haben. Just so. Also. Wir haben eine Kurbel gefunden. Wow. Und ich kann es noch mal nehmen. Okay. Schauen wir hier mal. Oha. Punkt, Strich, Punkt, Strich, Strich. Okay. Okay. Punkt, Strich, Punkt, Strich, Strich. Punkt, 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 Strich, Strich, Strich. Sehr merkwürdig. Schauen wir mal hier. Punkt, Strich, Punkt. Das ist da hier. Punkt, Strich, Punkt, Punkt, Strich. Punkt, Strich, Punkt, Punkt, Strich. Wow. Jetzt geht es ans Mathe. Mathe, Mathe, Mathe. Okay. Was haben wir denn hier? Punkt, Strich, Punkt. So, da muss ich mir hier mal reinfuchsen. Wir schauen erst mal weiter, was wir hier noch finden. Hier noch irgendwo was? Bei den Affen war da auch noch so ein Symbol. Ähm, da. Da ist auch noch mal ein Mund. Punkt, Punkt. Das heißt dann wahrscheinlich 1 plus 1. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wow, jetzt muss ich grübeln. Wahrscheinlich sind das alles Matheaufgaben, die wir irgendwie zusammenrechnen müssen. Okay, es gibt an dieser Stelle einen kurzen Cut. Ich mach mir mal einen kurzen Kopf. Bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Und wir haben es jetzt ungefähr, na, anderthalb Stunden später. Ich habe rumgerätselt, rumgerätselt, rumgerechnet. Es sind richtig komplexe Matheaufgaben. Und, ähm, es ist fast, äh, unmöglich. Also man muss hier so ein bisschen rumtricksen. Um das Richtige einzustellen. Und, ähm, dann kann man hier irgendwas bewegen. Oder auch nicht. Es ist richtig, richtig schwer. So, das sind wirklich, äh, komplexe Matheaufgaben. Mit plus, minus, mal, geteilt, alles zusammenrechnen. Alles wieder durch 20 teilen und hin und her, bis man auf diese Ergebnisse kommt. Und dann sind das irgendwelche Kommaergebnisse. Und dann muss man die Zwischenräume nehmen. Und, wow. Richtig komplex. Ich habe mir natürlich eine kleine Webseite zur Hilfe genommen. Anders war es für mich nicht lösbar. So, und, äh, so sollte er jetzt für das Auge richtig eingestellt sein. Und wir schauen, ob der jetzt hier reinpasst. Er passt rein. So. Es ist echt abgefahren. Also so komplex. Bitte, liebe Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Es ist echt unvorstellbar, was man hier machen muss. Und, ähm, ja, die Kurbel ist wieder im Inventar. Und es tut mir furchtbar leid. Ich hätte euch das gerne alles gezeigt. Aber es ist wirklich zu komplett. Es hätte garantiert drei Folgen gesprengt. Wie gesagt, über anderthalb Stunden habe ich hier gerätselt, gemacht, getan. Und man versucht, äh, die Kombination aus Punkten und Strichen auszurechnen. Und, ähm, es ist einfach nicht aufgegangen. Es klappt da einfach nicht. Wirklich verwirrend. Richtig verwirrend. So. Und, ähm, ja, wie gesagt, es gibt eine kleine Webseite zur Hilfe. Und da muss man halt diese Kurbel natürlich dann einstellen. Und, ähm, das machen wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, es sind richtig komplexe Matheaufgaben gewesen. Und, äh, da musst du schon irgendwie Mathematiker sein oder so. Um das wirklich, äh, rauszufinden. Echt schwierig, schwierig, schwierig und nochmal schwierig. Achso, hier. So. Und natürlich noch den letzten. So. Es tut mir vielleicht leicht, dass ich mit so vielen Schnitten arbeiten muss. Aber ich muss immer wieder auf die Webseite schauen. Und, äh, den hier hätte ich fast übersehen. Haben wir noch einen Erfahrungsbericht? Wir wollen natürlich alle sammeln. Ja. Da haben wir das auch gefunden. So. Da auf der Treppe sind Augenmünder hier. Diese ganzen Kombinationen. Und jetzt wenden wir uns nochmal den Affen zu. Zack. Und dann müssen wir bei dem hier natürlich auch die Kombination anwenden. Das war, glaube ich, so. So. Jawohl. Alles klar. Und da geht die Tür auf. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Sophie. Dann reden wir doch mit Sophie. So. Yes. But I don't know for how long. We must be quick. To what you want. Listen. With your other you, the you and my reality, we have made it possible to travel to different dimensions. But there was a problem. Franklin, the other one, he, he got stuck in this reality. Do you know what's happened to him since? See, that's just the issue. I had to create this holographic technology to be able to find him. It took me weeks, and I couldn't start searching for him until recently. All I've discovered for now is that he survived here for a while. And that before he disappeared, he was in contact with the man that guides you. Do you think he's responsible for his disappearance? I don't have any formal proof, but he's the only one on the island, isn't he? And he scares me. The guy seems sketchy to me, even though he hasn't harmed me at all. Or not yet, anyway. There's something else. Everybody he brings to this reality, and to whom he submits the same tests as you, the other subjects, they're... What? It was always you. Well, other you, at least. different realities, and different realities, and all of them have disappeared, like the Franklin I know. Great. Listen. Oh, huh. I'll soon run out of energy. I, I, I understand if you feel like running away after what I told you, but if you decide to continue, and to meet the man, can you... Find out what happened to the other Franklin? Yes, of course. If I'm going to risk my life, I might as well do it trying to understand what the hell is going on, rather than floating around on a plank of woods somewhere at sea. Thank you, Franklin. Sophie? Yes? My other me. He sure is one lucky guy. I'll pack Franklin. Oha. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind, äh, ist mein Ich, beziehungsweise mein Pendant aus vielen verschiedenen Realitäten immer hierher portiert worden, um diese Rätsel zu lösen, um irgendwas zu machen, um, äh, hier irgendwas rauszufinden. Und anscheinend hatten die nicht so viel Glück. Ja, komische Geschichte. Gehen wir mal rein. Oha. Rätsel über Rätsel. Dann haben wir noch einen Erfahrungsbericht. November 12, 2010. Er ruft mich an, er liebt mich, er hat mir so viel zu bieten. Dieses ganze Wissen und dieser Frieden, wer könnte widerstehen? Hm. Okay, wir haben insgesamt 100% gefunden. Also alle Erfahrungsberichte. Hier unten gab es auch gerade eine Errungenschaft. Wow. Gut, liebe Leute. Und was sich hier mit diesem komischen Würfelgebilde auf sich hat, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen, auch wenn es jetzt ein bisschen hakelig war, meine Fresse. Das letzte Rätsel war echt überdimensionell und fast unlösbar. Also, gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Subject 13. Also bis dahin, macht's gut, euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao. Musik Untertitelung des ZDF, 2020